Guten Tag, mein Name ist Matthias Schweighöfer, ich spiele eine Doppelrolle und zwar den Alex Honk und die Alexandra Honk in dem neuen Film von Detlef Buck, Rubbe die Katz. Ah, ah, ah. Fuck, schiss! Mich irritiert das auch sehr, unten diese 1A Dinger und oben dein hässliches Gesicht. Das ist so schade, dass du kein Mann bist. Das wäre der perfekte Moment. Mond, Sterne, hemmungsloser Sex. Ja, schade. Ab dem 15. Dezember im Kino. Ich werde da sein. Ihr hoffentlich auch. Dankeschön.